... aus Südtirol-Trentino. Ich begrüße alle, die der Bürgermeister bereits begrüßen. Nach diesem schönen und besinnlichen Gottesdienst darf ich Sie nun im Namen des Landes Tirol alle sehr herzlich begrüßen und willkommen heißen. Ich begrüße Sie in einem der schönsten Dörfer Europas. Schauen Sie sich an, wie die Blumenpracht hier gegeben ist. Ich begrüße Sie mitten in einer wunderbaren Bergwelt und ich begrüße Sie auch, weil wir hinten da eine Häusel gebaut haben, die Erweiterung des Forum Altbach, wo wir dann die Segnung vornehmen können. Wenn man sich das so anschaut, dann kann man schon sagen, wir leben hier in einer beschaulichen Welt, wo wir uns zusammengetroffen haben. Wenn man den Blick hebt und in die Welt hinausschaut, kann man durchaus sagen, dass es ein Privileg ist, hier sein zu können. Aber dieses Privileg ist auch mit einer Verpflichtung verbunden. Die Verpflichtung ist, dass wir auch alle die Aufgabe haben, zu schauen, dass sich die Welt, Europa und das Land ordentlich weiterentwickeln kann. Dass wir die Verpflichtung haben, mitzudenken, dass die riesengroßen Probleme, die wir in Europa und darüber hinaus haben, auch bewältigt werden können. Wenn ich von riesengroßen Problemen rede, so meine ich den Krieg in Syrien, im Irak. Ich meine den Terrorismus in Europa und die Gewalt in Europa. Ich meine die Sorgen und Ängste der Menschen aufgrund der Flüchtlings- und Migrationswelle, die wir zu bewältigen haben. Ich meine aber auch den Irrglauben, wo manche meinen, dass durch Nationalismus die Probleme bewältigt werden können. Ich meine auch den Vertrauensverlust von traditionellen Institutionen. Ich meine darüber hinaus aber auch die Situation in der Türkei und letztendlich auch Brexit in England. Ja, was können wir da zu beitragen? Ich habe das bei der Eröffnung der Festwochen der Altmusik bereits gesagt. Ich habe große Sorgen, wie derzeit radikal argumentiert wird. Es gibt keine Mitte mehr. Es gibt radikale Äußerungen links und radikale Äußerungen rechts. Was wir tun müssen, die Menschen, die weiterdenken, behutsam zu argumentieren. Worte können verletzen, sind die Vorstufe zur Gewalt. Und letztendlich, Gewalt bedeutet, dass das friedliche Zusammenleben in unserem Land, Tirol, in Europa nicht funktioniert. Daher haben wir alle eine Aufgabe, hier die Worte so zu wählen, dass sie ausgeglichen sind. Außerdem, wir brauchen Europa. Alle, die meinen, ohne Europa würde es jetzt besser funktionieren, ist ja völlig falsch. Wir brauchen ein Europa, das aber letztendlich die großen Linien zieht. Es ist nicht mit Kleinigkeiten beschäftigt. Und Jean-Claude Juncker, der wird ja heute Nachmittag dabei sein, hat einmal Folgendes gesagt. Europa muss sich um die großen Dinge kümmern. Nicht um Duschköpfe. Und dann ist Brüssel wieder näher bei den Menschen. Ja, da kann ich nur sagen, das stimmt. Aber ich sage nur drei Worte. Dann tut es. Es ist notwendig, dass sich die Europäische Union mit diesen Problemfällen, die ich bereits aufgezeigt habe, beschäftigt. Was aber nicht notwendig ist, dass man immer alles in Kleinigkeiten hinein organisieren will. Durchreglementiert die Menschen in den Regionen. Lasst das. Lasst uns genügend Luft zum Atmen in den Regionen. Und belastet uns nicht immer wieder mit neuen Verordnungen. Wir haben aufgehört zu zählen. Wir haben zigtausende Verordnungen. Und da reglementiert man das Leben in den verschiedenen Regionen. Und ich glaube, das Schönste ist ja, die Mentalität der Regionen dementsprechend leben zu lassen. Aber andererseits braucht es ein Mehr in Europa, ein Mehr von Europa bei den essentiellen Themen. Wir in der Europaregion Tirol, Südtirol und Trentino bemühen uns, die Dinge weiterzuentwickeln. Natürlich ist es momentan auch nicht einfach, darunter Flüchtlingswelle. Aber letztendlich ist es notwendig, dass wir einen gemeinsamen Weg finden. Wir werden Jean-Claude Juncker auch dementsprechend eine Resolution übergeben, was wir meinen und uns erwarten von der Europäischen Union. Gestern haben wir einige Themen behandelt, die uns wieder weiterbringen sollen. Im Bereich Innovation. Innovationskette. Wir haben verschiedenste Projekte über die Bühne gebracht. Insbesondere Forschung, Nahverkehr, aber auch Projekte für die Jugend. Und letztendlich Brenner-Basistoren hat niemand geglaubt, dass das funktioniert. Wir sind im Zeitplan und aber auch die Erweiterung des Forums hier in Altbach. Das dient natürlich in erster Linie, dieser Erweiterungsbau, dem Europäischen Forum Altbach. Es dient aber auch der Europaregion Tirol. Herzlichen Dank Südtirol. Herzlichen Dank Trentino. Da wurde je eine Million Euro einbezahlt. Wir durften etwas mehr bezahlen. Wir sind eingeladen worden, etwas mehr zu zahlen. Knapp 80 Prozent. Aber auch die Gemeinde, lieber Bürgermeister, hat hier auch eine Summe zur Verfügung gestellt. Der Tourismusverband deshalb einen herzlichen Dank dafür. Alle, die hier mitfinanziert haben. Karin Dufner, herzlichen Dank, dass wir die Umfrage lösen konnten. Und auch die Architektur DIN A4. Wirklich einen besonderen Dank, denn es passt absolut hervorragend hier hinein, dieses Europäische Forum Altbach der Erweiterungsbau. Und wir werden seitens der Europaregion Tirol auch einige Projekte umsetzen. Insbesondere für die Jungen, für die Schülerinnen und Schüler, Schulprojekte werden umgesetzt, Sprachausbildungen, damit hier auch der Mehrwert gegeben ist. Für die jungen Leute und natürlich alle, die hier sind, dass wir hier einen Nutzen haben. Auch für die Europaregion Tirol und ich wünsche und hoffe, dass auch der Tourismusverband und alle, die sich mit anstrengen, dass hier eine großartige Bespielung stattfindet für diesen Erweiterungsbau des Europäischen Forums Altbach. In diesem Sinne allen meine herzliche Gratulation. Alles Gute. Vielen Dank.